so diesmal goldmundbahn.ru das war die nächste map jetzt gucken wir mal jetzt sind mal so maps da kannst du nur pionierspielen das ist doch bescheiden komm wir gehen mal ins gunship mal testen das kannst du gerne machen versuch ich habe gerade ein befehl angefordert was war das denn? ultra leck komm sofort hier her bleib stehen bleib stehen bleib stehen boah auf die letzte sekunde wieder ins kampfgebiet zurückgekehrt wow jetzt werde ich schon reparieren aber halt auf auf mich zu schießen spotsporn bei mir weiter hier geht ja alles in die luft ich fahr mal zu D soll ich gehen dann zu D geil richtig geil ach das geht mir grad zu schnell das ging mir jetzt echt ein bisschen zu schnell hier alles auf einmal so viel so viel ob der sich da hinterher oder was wer ja du wer sonst ja ich glaube da hinterher du kriegst da hinterher ich kriege nicht er ist mit javelin unterwegs so jetzt überfahren der wieder kein kill krass ist so groß ich muss raus ich muss raus der war nice engineer service star cool 10.000 punkte geil und die szene musst du dir hinterher angucken die ist geil gewesen gerade das war gerade ein schöner kill ist gut wie kann der mich sehen wie kann der mich sehen der 07 komm wieder ich versteh grad nicht was los kommst grad nicht drauf klar ne gar nicht da kommt so viele tanks von je ich hab kein bock hin zu gehen was war das wie tier was war das ja klar mit einer rakete mit einem schuss mal so und der trifft nur das Haus über mir und ich sterbe fuck logic machbar wer von wo ich sehe keinen hier die dann das das hat schon mal gesagt das hat schon mal gesagt Die Aktion wird uns ab und aufgeführt. Einsatzstil Echo ist jetzt unter unserer Kontrolle. Oh ja, da ist einer, Mensch, ins Kinnas, ey. Was treff ich denn nicht? Alles selber machen hier. Jetzt bleib hier nicht stehen. Bleib stehen! Ihr braucht eine Rufzeichen! Neue Mission! HZ angreifen und monitorieren! Checkt eure Karten! Einen Antre beadsantrag, die sind in der Position! Oh ne, ich hab dir nicht wieder, dass du fährst. Wow, weil wir jetzt grad voll ab, ey. Ja, Entschuldigung, wenn wir Now-Team mal ein bisschen ruhiger sind, aber dann ist das Konzentrationsphase. Wer ist Sniper gelaufen? Von wo? Keine Ahnung, wo der auf dem Sniper. Ich gucke wieder Truppen. Da ist einer, den treffe ich nicht, ja, der doch frei, klar, der doch frei, mhm. So kann ich das mal auf dem Server. Wo bist du denn, weil das bei dir die Hölle abgeht? Bei E. Was hast du denn da? Ich reparier' grad'n Panzer. Ich bin mit dem Galaxy Online 777 unterwegs, der fährt in die Mühle. Und ich hock' da oben am MG und reparier' zwischendurch und so. Ihr habt übrigens ne, äh, Produktionskiste oben auf dem Ding drauf liegen. Ja, das ist ein Zick-Kacke, weil ich kann nicht... Ah, jetzt ist sie weg. Weil ich nicht, äh... Nicht vernünftig zielen kann, wenn das Ding da oben drauf liegt. Ich bin mit dem, ich bin mit dem, ich bin mit dem. Zeig dich. Zeig dich, wie die Trap hier geht, komm. Und ich krieg' wieder Kill, die Hilfe, die Feuerschutz, die Hilfe. Eins C, nein, eins L, ich hab' den Kugel, ich hab' den Kugel. Ganz toll hier. Bin richtig froh gerade, wenn du da war, wenn du da war. Nein, wär' ich mal weggeblieben von dem Panzer. War ein Versuch wert, war aber eine schöne Runde. 7-3. Ist noch nicht vorbei. War eine schöne Panzerfahrt, meinte ich, wollte ich sagen. Du bist da oben bei B, dann kommen wir mal zu dir. Ah, nett von dir. Gerade ganz schlecht, gerade ganz schlecht. Ja, hab ich gemerkt, einen davon hab' ich gekillt. Hab' ich beide getroffen. Eben liegt noch in einem Gras. Sniper. Der wurde gerade, ich bin grad überfahren. Ich krieg' doch nur los Killhilfe. Ich sammle hier Killhilfen, die bescheuert, aber ich krieg' gar einen einzigen Bild. Ey, du bist ja tot. Wir werden schon wieder beschossen von irgendwo. Ich wurde noch nicht beschossen, aber gut. Jetzt werde ich beschossen. Hier, vor uns. Ja, doch nicht. Ich weiß nicht, wo hast du denn einen gesehen? Es sah aus, als wäre da einer gewesen. Uhuhu. Hier ist eh noch. Schon tot? Ne, er lebt noch. Geht ja eliminiert. Yay. Mein zweiter Kill, diese Runde. Lass doch stehen. Kam mir keinen Fall, denn du wurdest zusammengefangen. Ich hab' mit einem freundlichen Panzer genau östlich gemerkt. Okay. Yeah. wo leckt das gerade Alter der hat mich mit dem Werkzeug gekillt Ach das war keiner von uns Ich wollte gerade sagen warum steht der mitten von uns Der hat mich mit dem Werkzeug gekillt der Sack Hey wo kommt der denn her? Ach es war einer der sich abgeseilt Schon wieder er Drei Leute haben über 100 auf unserer Seite und schaffen es nicht Ich würde sagen das gegnerische Team arbeitet einfach besser Oder wir scheiße Ich kann von mir aber zumindest behaupten dass ich mein bestes gebe jetzt Bleib doch mal mit deinem verkackten Panzer stehen dass man dich auch reparieren kann Ich hab da so einen Halt Alter Du kannst nicht Ich Bessert Ich will den Namen wissen Schöne Grüße An wen? An die Wurst vom Panzer der neben mir steht repariert wird von mir und trotzdem abhaut Das sind dann immer die die sich beschweren Äh das repariert nicht jemand Wenn du nicht stehen bleibst kann ich auch nicht reparieren Hilfe Von wo schießt der auf mich? Von dahinten hast du doch wohl ne Macke So Heli runtergeholt Hier laufen dann man zu F.A Ja toll dann muss ich nachladen Ach Menno Jetzt lass mich dir mal so aufhören 12 Achtung Männer Der feindliche Commando hat ein Hauptziel markiert Die greift jetzt das Einsatzziel an. Von wo? Ja, hinter mir steht wieder ein Panzer, ey. Auf einmal steht hinter mir ein Panzer. Kein Panzer in Sicht und auf einmal steht einer hinter mir. Das nenne ich Logik. Passer ist glaube ich draufgegangen. Das bringt mir jetzt auch noch nichts links von DSW. Danke fürs killen. Ich habe alles mögliche zerstört und die Spore-Fall geschaltet. Ja, mich hat der Buggy gekillt. Ich habe mich mutig in den Weg des Buggy gestellt und habe meine Männer vor dem C4 bewahrt und jetzt werde ich schon wieder von irgendwo geschossen. Und wir killen uns wieder gegenseitig. Also das müssen die definitiv noch fixen, dass man sich gegenseitig killt. Hä? Wo kommt der denn? Das kann mir keiner erzählen, dass das so gewollt ist, dass man sich gegenseitig killen kann. Warum steht da ein Hubschrauber? Ich bin aus dem Hubschrauber ausgestiegen und dann im Kampf gefallen. Habe ich auch schon was gehabt. Habe ich die eigenen Rotorblätter wieder weggesenzt. Warum sehe ich den nicht? Der stand da bei dir die ganze Zeit. Einen Glück nimmst du auf, ne? Wieso? Ja, ist bei mir auch gerade nicht, weil ich stehe 10, 10. Ich stand mal 7, 3 am Anfang hervende. Hier steht 3, 9, 10. Schönen. Das geht doch endlich. Ja, das war doch mal eine... Scheißrunde. Scheißrunde. Und wir werden jetzt, denke ich mal, den Server wechseln. Und mal gucken, wie viele Punkte das gegeben hat. Kann nicht so viel sein. Ja gut, ich habe mein Servicestar. Irgendwas für Panzerfreien. Ich habe ein Servicestar bekommen. Smart Munition habe ich freigeschaltet für mein Panzer. Engineer Servicestar. So, da sind wir den Pionier auch schon auf 1. Stufe. Komplett hoch. Das heißt, ich muss jetzt was anderes spielen. Da lohnt sich der Boost doch wenigstens mal. Ja, 3100. 12 waren es bei mir, glaube ich. Ich habe nicht genau hingeguckt. Dann wechseln wir jetzt den Server und wir sehen uns gleich wieder. Bis dann. Bis dann.